Jo Freunde, heute soll es endlich mal was richtig geiles Neues im Fortnite-Shop geben und damit natürlich herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Tag zeige ich euch auch heute wieder den neuen Fortnite-Shop, wo es was Neues geben soll und zwar ein neues Paket für 2200 V-Bucks, bestehend aus als erstes der Silver Surfer für 1,5. Hat so, was ist das denn? So ein Leucht-Backpack, ein Herold-Stern auf dem Rücken, okay. Natürlich ein sehr, sehr cleaner Skin hier, der Silver Surfer. Ich meine, hat der jetzt auch nichts an oder so. Aber es gibt anscheinend noch mehr Dinge für das Set und zwar die, oh mein Gott, die Silver Surfer-Spitzhacke. Okay, der Name ist so unkreativ, aber ich finde, die schaut ziemlich clean aus. Oh, das könnte eine neue Spitzhacke werden, okay. Die gefällt mir, weil sie so richtig clean ist. Und dann noch dazu, oh, das ist ein Hängegleiter, oder? Das ist bestimmt ein Surf-Hängegleiter, wo man da draufstehen kann. Okay, das finde ich auch nice, kostet ebenfalls 800 V-Bucks. Das heißt, alles zusammen würde man jetzt für 3100 kaufen, aber hier als Paket kann man dann 900 V-Bucks sparen und das nur für 2,2 kaufen. Ich denke, ich werde mir das Paket jetzt holen und auch dann im Livestream jetzt spielen. Ich bin jetzt nämlich live auf Twitch und da zeige ich euch den Skin mal ingame. Also unten in den Kommentaren, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Da könnt ihr einfach mal direkt draufklicken, da kommt ihr direkt hier zu meinem Livestream und könnt mal euch den halt ingame anschauen. Falls ihr vom Livestream hier kommt, schreibt mal das Wort Bugfisch in den Chat, also dann weiß ich, dass ihr vom Video kommt. Also einfach mal unten auf den Twitch-Link draufklicken und einen Bugfisch bei mir in den Twitch-Chat schreiben. Ich bin da jetzt live ab 9 Uhr, also falls es bei euch nach 9 Uhr ist, dann bin ich jetzt gerade live. Ich werde euch auch noch mal ein bisschen was von TikTok zeigen, weil die ja aktuell der offizielle Partner der Gamescom sind. Und da immer noch die Events und Livestream stattfinden, auch das werde ich euch alles dann nochmal zeigen. So wie meine neuen TikToks und so. Also ja, kommt gerne in den Stream, schaut da jetzt mal ganz kurz vorbei. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, euch im Stream zu sehen. So, wir machen natürlich trotzdem weiter, nämlich auf der rechten Seite uns dann mit dem Überholer-Skin für 1,5, wo man zum Glück ja inzwischen hier die Maske, diesen Helm auch absetzen kann. Mit dem Backpack dazu. Dann haben wir noch die magischen Schwingen für 1,2, auch ein cooler Gleiter. Dann noch der Oldschool-Dance, das sieht bei diesem Skin so mega weird aus. Für 500 V-Works. Dann die Takita, die weibliche Taco-Frau. Für 800 V-Works mit den riesigen Augen. Der unendliche Dab. Ja, so könnte ich gerade noch selber tanzen. Für 500 auch ein sehr, sehr geiler Emote. Und dann seht ihr, kann man auch ab und zu mal sinnvoll verwenden. Jo, das ist schon der Shop von heute. Von mir auf jeden Fall ein Top, weil wir endlich mal was Neues, Geiles hier drin haben. Ein ganzes Set sogar. Deswegen von mir auf jeden Fall ein Top. Und wie gesagt, wenn ihr ihn jetzt im Endgame sehen wollt, den Silver Surfer, dann kommt jetzt gerne in den Livestream. Ich bin jetzt live auf Twitch. Einfach mal unten auf den Link klicken, kommt ihr direkt zu meinem Stream. Und ja, dann würde ich sagen, war es das schon zum heutigen Vortragshop. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Morgen gibt es natürlich wieder das nächste Video. Falls ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und wie gesagt, checkt auch mal gerne TikTok aus. Da habe ich jetzt auch selber ein paar TikToks hochgeladen. Also falls ihr ihn noch nicht kennt, Snogs Chris heiße ich auf TikTok. Also guckt da gerne mal vorbei. Landet euch die App notfalls runter. Und alle weiteren Infos dann, wie gesagt, gleich im Stream. Also ja, dann bis gleich und hoffentlich gleich auf Twitch. Bis gleich.